Shortleg. Das ist natürlich jetzt ein Monsterding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de-Podcast präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt. Und damit herzlich willkommen zu Shortleg, dem Daten.de-Podcast präsentiert von Bulls. Wir sind wieder zurück und heute sogar erhältlich auch kostenlos auf Spotify, weil wir uns gedacht haben, es geht in die heißen Monate des Jahres. Die großen Highlights stehen kurz bevor und dann könnt ihr uns tatsächlich jetzt auch auf Spotify, aber natürlich auch auf YouTube mit Bild kostenlos sehen. Über ein Abo, über Patreon wollen wir uns natürlich trotzdem. Aber wir haben einiges zu besprechen. Deswegen stelle ich natürlich erstmal meinen Co-Host vor. Heute Kevin Barth. Moin. Grüß dich. Ja, Kevin, wir haben einiges vor. Wie gesagt, es wartet auf uns heute die World Series of Darts Finals, die am Wochenende stattfand. Zwei Players Championships liegen hinter uns. Die Next Gen hat ihr letztes, ja, das letzte Wochenende dieses Jahres bestritten in Eisenstadt. Ja, und zudem gibt es einen WM Qualifier. Es gibt WDF Turniere mit deutscher Beteiligung und nicht nur das, sondern auch mit deutschen Erfolgen aus Italien. Das alles und natürlich der neue Superleague-Modus, darüber müssen wir heute sprechen. Und wir starten natürlich mit den World Series of Darts Finals, das größte Turnier, was wir zu besprechen haben. Was soll ich sagen? Der Sieger heißt ein weiteres Mal Luke Littler. Und ja, also das auch wirklich in einer Manier, wo man wirklich sagen kann, wow, im Finale 11 zu 4 gegen Michael Smith. Zuvor auch Michael van Gerven schon mit einem 11 zu 4 aus dem Weg geräumt. Wie ist dir Luke Littler in diesem Turnier aufgefallen? Ja, als jemand, der schon so ein bisschen wie eine Maschine gespielt hat, der in der ersten Runde zwei Matchstarts von Ross Smith überstehen musste, aber ansonsten einfach das sehr, sehr gut gemacht hat. Auch in dem Viertelfinale mit Chris Dobie hat er die wenigen Nachlässigkeiten seines Herausforderers einfach gnadenlos bestraft. Und dann, ja, haben wir natürlich auch die Tatsache, dass er in jedem seiner Matches einen dreistelligen Average hingezaubert hat. Den Besten hat er sich fürs Halbfinale gegen Van Gerven aufgehoben, wo er ihn einfach ausgescort hat. Und auch das Endspiel gegen Michael Smith war ja nicht von schlechten Eltern. Also 140er und 130er Finish in der Anfangsphase und dann holt er eben sieben Legs nacheinander und stürmt erst mal weg. Und im Viertelfinale gab es vielleicht noch einen kniffligen Moment, wo Dobie das Bullseye verfehlt, um auf 8-8 zu stellen. Aber dann zieht Littler halt mit zweimal 14 Darts weg und hat es gewonnen letztlich. 108er Average gegen Van Gerven, ich habe es eben schon angesprochen. Und da waren es halt neun Legs in Folge, darunter ein Zehndarter. Und dass jemand mal neun Legs nacheinander gegen Van Gerven holt, das passiert selbst in der abgeschwächten Form, in der sich MVG vielleicht mittlerweile befindet, quasi nie. Ja, du hast Michael Van Gerven schon angesprochen. Die Frage, die da natürlich im Raum steht, ist gerade, ist Luke Littler zu gut aktuell oder ist Van Gerven tatsächlich aktuell nicht in der Form? Und wenn man jetzt natürlich, wo wir gleich auch noch drauf schauen werden, nochmal auf die Players Championships schaut, wo dann Van Gerven seinen ersten Ranking-Titel, ich glaube, seit Mai 2023 eingefahren hat, dann muss man ja sagen, also spielerisch sah das ja auch tatsächlich am Wochenende von den World Series of Darts Finals gut aus. Auch da ging dann mal ein 106er Average über die Bühne von Michael Van Gerven. Es sieht weiterhin auch spielerisch in Ordnung aus, aber die Titel, darauf muss er immer noch warten. Ja, Littler ist, glaube ich, schon der konstantere Spieler, auch wenn er ja tatsächlich seit der WM in den TV-Rankings nicht so richtig aufzeigen konnte. Da gab es ja auch die Niederlage beim Matchplay gegen Van Gerven. Wahrscheinlich hat das jetzt besonders gut geschmeckt, dass er jetzt hier bei den World Series of Darts Finals so klar zurückschlagen konnte. Aber für mich ist Littler gerade schon der Spieler mit dem höheren Grundniveau, dem ich es eher zutraue, das konstant zu Ende zu spielen. Und bei Van Gerven hattest du ja auch dieses Viertelfinale, dieses durchaus seltsame Viertelfinale mit Luke Humphreys, wo er 7-3 und 9-6 vorne war. Und dann halt wieder anfängt Matchstarts en masse zu verballern, 9 Stück insgesamt und dann auch noch einen Dart von Humphreys übersteht, bevor er dann doch noch mit einem 16-Darter über die Ziellinie geht. Also diese Sachen, die passieren eben noch zu häufig bei MVG letztlich. Und ja, wenn sich dann mal ein Luke Humphreys eine Auszeit nimmt, was er irgendwie im Viertelfinale gegen Mighty Mike gemacht hat mit einer verschlafenen Anfangsphase, dann hat man eigentlich immer noch das Selbstverständnis, dass er bei den ganz, ganz wichtigen Turnieren und damit dann spätestens beim Grand Prix wieder seine Ansprüche geltend machen wird. So würde ich das jetzt aktuell zusammenfassen. Ja, auf jeden Fall kann man da durchaus auch bei großen Turnieren, bei TV-Turnieren von Titelabbel mittlerweile sprechen. Ich meine, die World Series of Darts Finals waren ja das letzte TV-Turnier, was Van Gerven noch, naja, amtierend tatsächlich in der Hand hatte. Das hat er jetzt auch tatsächlich durch das Aus im Halbfinale verloren. Ja, das zeigt ja auch, dass da auf jeden Fall ein paar Spieler, gerade trotz der soliden Form eigentlich von Van Gerven, gerade etwas besser sind. Aber, ja, was ist dir sonst, normalerweise, wir scherzen ja auch oft genug selbst drüber, über die World Series of Darts Finals, aber trotzdem sind ja doch so ein paar Sachen passiert, wo man sagen kann, naja, es ist zumindest ein Gradmesser vor diesen wichtigen Monaten des Jahres 2024. Was fällt dir da so aus diesem Wochenende besonders ein? Ich habe jetzt natürlich auch nochmal aufgeschrieben, wie viele Matchstarts Michael Smith überlebt hat. Also das heißt, De Souza hatte schon einen, sechs hatte Wessel Neumann und drei hatte Rob Cross. Also das war nicht nur Glanz und Gloria beim Bully Boy, sondern auch irgendwie eine gehörige Portion Glück, dass er da ins Endspiel eingezogen ist. Im Halbfinale gegen Peter Wright spielt er halt ein Elf-Darter, checkt 152 in einem guten Moment. Und gerade bei Wright kann man natürlich auch sagen, er spielt ordentlich über das Wochenende, so verteilt. Er läuft gegen Smith halt irgendwie permanent einem Rückstand hinterher und gerade als man denkt, er könnte die Lücke schließen, kommen dann wieder verpasste Doppel, die dann dafür sorgen, dass er wieder abreißen lassen muss. Also es ist jetzt nicht wieder alles Gold, was glänzt bei Snakebite, aber die Tendenz stimmt, glaube ich, nach wie vor. Und was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Ganz grundsätzlich, Humphrey ist ja auch nicht so schlecht gewesen, wo er dann in der zweiten Runde 106 gegen Hatter spielt, den Zehndarter im Decider, wenn es darauf ankommt. Also wie gesagt, da mache ich mir gar keine Sorgen. Gurney im Viertelfinale gewesen, weil er im Achtelfinale Price eliminiert, der wieder nicht vom Fleck kommt, ergebnistechnisch. Ja, und ansonsten haben wir natürlich die beiden Niederländer gehabt, die wir einfach auch uns anschauen müssen. Kevin Dutz und Wessel Neumann oder Neumann, die Matchstarts nicht nutzen kann im Achtelfinale. Dutz, der die 109 in der ersten Runde spielt. Zwei Leute, bei denen man denkt, es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis da irgendwie so ein bisschen der Knopf irgendwie aufgeht, so nach dem Motto. Und das hat Spaß gemacht, beide zu verfolgen. Und Dimitri Vandenberg, glaube ich, ist auch ein Spieler, bei dem der Trend gerade nach unten zeigt, vergibt vier Matchstarts gegen Chris Dobie, der dann in der zweiten Runde 104 spielt und sich ja auch insgesamt gut verkauft hat mit dem Viertelfinale. Boris Kritschmer schmeißt Steven Bunting raus, das ist auch ein Spieler, bei dem man immer wieder denkt, ach, okay, er ist auch noch da. Chizzy bringt mal wieder seine TV-Form mit, um das jetzt mal böse zu formulieren und kommt dann halt 1 zu 6 gegen Peter Wright unter die Räder. Ja, und ansonsten, ja, Dutz hatte ja auch Matchstarts gegen Cross, die er nicht nutzen konnte. Und also, da waren schon ein paar interessante Geschichten dabei. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alles abgegrast habe. Natürlich müssen wir auch nochmal kurz, ja, ansonsten müssen wir natürlich auch noch über Gabriel Clemens sprechen. Also, das sowieso, genau. Du hast es ja schon angesprochen, du hast auch Wesley Neumann schon angesprochen. Also, genau, du hast es ja schon richtig gesagt, auf der Pro-Tour, das bezeugen ja dann die nächsten beiden Players-Championships, die hinter uns liegen, auch wieder. Ein Neumann ist Wahnsinn. Also, wenn er das Spiel, was er regelmäßig auf der Development-Tour zeigt, nicht nur auf die Pro-Tour, sondern auch auf die Bühne bekommt, dann ist, ja, wahrscheinlich kein Gegner so richtig sicher. Das ist wirklich ein Mann, auf den wir uns, glaube ich, auch freuen können. Denn Kevin Dutz, genauso wie ich das verstanden habe, war das sogar ein Rekord-Average eines Niederländers bei diesem Turnier. Mit 100, 9, 110 Average beim, ja, 6-0-White-Poschie-Boyer Keenberry. Das war auch Wahnsinn. Sonst ist mir vielleicht noch, bevor wir auf Van Gerven, auf Van Gerven, auf Gabriel Clemens eingehen, noch... Gabriel Van Gerven. Gabriel Van Gerven, genau. Noch ein Australier vielleicht, über den wir sprechen müssen, nämlich Simon Whitlock. 2 zu 6 rausgegangen gegen Rob Cross. 80er-Average könnte tatsächlich seine letzte TV-Eperience gewesen sein. Weil, naja, wenn man jetzt auf das WM-Race guckt, auch wenn man auf die Proto guckt, meilenweit von allen TV-Turnieren entfernt. Und die Form spricht immer noch nicht für ihn. Und, naja, der 2-Cut-Verlust steht wohl an, oder? Ja, sieht ganz so aus. Ich meine, kann man ja an ein paar Fingern zusammenzählen, von wegen Grand Slam Qualifier, WM PDPA Qualifier. Das sind wohl noch die beiden Möglichkeiten, wo ich ihm anhand seiner Erfahrung durchaus zutraue, mindestens einmal noch irgendwie durchzuschlüpfen. Und so ein Abschied, gerade auf der WM-Bühne, wo ja vieles angefangen hat, 2010 mit diesem Run als Qualifier ins WM-Finale. Das wäre schon schön, das würde man ihm auch wünschen. Aber es wird sehr, sehr schwer mit der Form, wenn das so ist. Ich habe jetzt gestern auch mal wieder 94er-Average mal zwischendurch, glaube ich, gesehen. Oder Anfang 90. Das ist dann schon wieder was anderes. Aber es ist eben sehr schwankend. Und er kann sich nicht darauf verlassen, dass er im richtigen Moment genau das abrufen kann. Ja, definitiv. Und ja, dann kommen wir vielleicht jetzt zum Ende der World Series of Darts Finals auch über Gabriel Clemens zu sprechen. Am Ende war es ja, ich würde sagen, spielerisch eine solide Partie. 5 zu 6 im Decider gegen Damon Hatter rausgeflogen. Natürlich, es lag am Ende an, wie auch so oft, muss man leider sagen, an der schwachen Anfangsphase. 0-3 zurückgelegen, 1 zu 4 zurückgelegen. Ich dann auf ein 4-4 gekämpft, nach dem 4-5 sogar sich noch in den Decider gebracht. Und dann war es eben ein solider oder ein Wahnsinns-Decider von Damon Hatter, der diese Partie leider zu Ungunsten von Gabriel Clemens entschieden hat. So, wir sprechen so oft darüber. Ist das jetzt eher ein positives Zeichen, weil wir ihn wieder mit einem soliden TV-Game gesehen haben? Oder, naja, kann er daraus leider wieder nichts ziehen, weil er wieder die Partie nicht für sich entscheiden konnte? Ja gut, es gab halt auch eine 29 bei 170 Resten, die eben da auch einiges gekostet hat. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass das in so einem finalen Leck passiert. Also, ich habe schon eher das Gefühl, dass die Grundtendenz nach wie vor stimmt bei Gabriel Clemens. Und am Ende kannst du dir das halt auch als unterlegener Spieler einfach machen und sagen, es waren nur die World Series Finals. Und es gibt andere, wichtigere Momente, so nach dem Motto. Prinzipiell schwanke ich da bei meiner Bewertung. Also, es ist eine Niederlage gegen einen guten Gegner gewesen, der da wirklich auch das stark gemacht hat. Und der aber mit einer besseren Anfangsphase definitiv zu schlagen gewesen wäre. Ja, da braucht man weitere Anhaltspunkte, um da über die TV-Bühne wieder mehr sagen zu können. Ganz prinzipiell war das aber ja auch in der Vergangenheit nicht immer der Lieblingsort von Gabriel Clemens. Erstmal abgesehen vielleicht von diesem großen Run bei der Weltmeisterschaft, den er ja jetzt bald verteidigen muss. Ganz genau, das wartet auf uns. Und so viel sei ja auch gesagt, mit dem Grand Prix Race sieht es ja leider etwas aussichtslos aus in der Hinsicht, weil James Wade und Dirk van Dijven wurden direkt da vorne gerade in einer deutlich besseren Ausgangsposition, um diese letzten Plätze für den Grand Prix stehen. Aber dennoch können wir, glaube ich, jetzt auch weiterhin über Gabriel Clemens gleich noch sprechen, wenn es um die Proto geht, wo wir jetzt vielleicht darauf eingehen können. Ja, vielleicht kann man direkt da auch wieder Luke Littler nennen, der natürlich das 20. Turnier gewinnt, auch der Players' Championships. Direkt also eine echte Siegesserie an Land zieht. Und ja, auch das wieder, glaube ich, mit einer Form, die seinesgleichen sucht. Durchgehend eigentlich solide gespielt. Zwar nicht alles über die Hunderter-Marke, aber zumindest nah dran kommend. Und im Finale dann 8 zu 7 Steven Bunting geschlagen. Und auch auf dem Weg Dave Chisnell, der beste Proto-Spieler, ja, lange Zeit auch Luke Humphries wieder geschlagen. Also das ist schon Wahnsinn, oder? Ja, wie er es halt dann doch schafft, auch obwohl ihm der Floor nicht immer so schmeckt, wie er ja zuletzt betont hat, noch nicht mal 48 Stunden nach den World Series da dann zu stehen und das so zu spielen. Ich meine, dieses Endspiel 8 zu 7 gegen Bunting war das knappste Ergebnis, was er an dem Tag erzielt hat. Er sieht bei 5-1 schon wie der sichere Sieger aus, aber dann lässt er ein bisschen nach. Bunting kommt zurück. Dann stoppt Hitler diesen Lauf mit einem 11-Darter, der auf jeden Fall wichtig war. Aber Bunting lässt sich nicht mehr abschütteln. Und dann haben wir den Ausgleich 6-6, 7-7. Aber dann kommt halt Hitler und hat auch einfach die Nerven und spielt im Decider den 13-Darter. Und ja, das ist klasse, das ist gut. Das ist der einzige Spieler, der auf der Pro Tour jetzt drei Titel sich geholt hat, also drei Players' Championships in diesem Jahr gewinnen konnte. Und ja, die Selbstverständlichkeit, wo man einfach auch sagt, okay, es wäre normal, wenn man als 17-Jähriger dann irgendwie nach so einem TV-Titel erst mal mental nicht bereit ist für so ein Turnier. Aber er hat uns das Gegenteil bewiesen. Ja, wie so oft, kann man, glaube ich, sagen. Ja, sonst im Halbfinale standen mit Dave Chisholm und Gervin Price zwei Namen, die da relativ häufig sind. Wobei bei Gervin Price, muss man ja auch sagen, in der aktuellen Form auch keine Selbstverständlichkeit, dieses Halbfinale. Wo er ja auch sich ein bisschen geärgert hat, dass er da Steven Bunting nicht doch noch bekommen hat. 5-7 am Ende nur. Aber ja, auch da, glaube ich, durchaus wichtig auch für Gervin Price auf der Pro Tour mal wieder ein gutes Ergebnis eingefahren zu haben, oder? Ja, klar. Geht halt dann drum, einfach bei einer ehemaligen Nummer 1 der Welt denkt man halt so, okay, ein Halbfinale, okay, da müsste halt eigentlich eine Kette von guten Ergebnissen mal kommen, um da wieder in die Selbstverständlichkeit hineinzufinden. Ja, definitiv. Sonst gucken wir vielleicht noch aufs Viertelfinale. Ein Jermain, Vati Mena war mal wieder am Viertelfinale. Cameron Manzis. Grundsätzlich läuft es bei dem aber ja auch besser, Vati Mena. Also insgesamt, genauso wie Manzis natürlich ein Spieler ist, der ja dann auch Van Gerwen, ich sag mal, vernichtet hat zwischendurch zum Frühstück. Das stimmt, genau. Du durfte übrigens in diesen beiden Tagen auch wieder gegen Michael van Gerwen ran. Ja, sonst, glaube ich, keine riesen Überraschung. In den letzten 16 vielleicht nochmal William Borland, der mal ein paar Siege wieder einfahren konnte. Der ist ja auch, naja, dann zumindest ergebnistechnisch von der Bildfläche ein wenig verschwunden. Hatte kein Board gewonnen bislang in dieser Saison. Genau, plötzlich. Und dann rennt er eben in einen 103-Average von Cameron Manzis, vom eben genannten. Dann müssten wir auch noch, wo wir bei hohen Averages sind, die 114 von Andrew Gilding erwähnen, die es ja auch gegeben hat. Ja, ganz genau. Der deutschsprachige Überblick, Clemens und Hempel beide in der dritten Runde. Beide rennen aber auch in starke Kontrahenten. Hempel glänzt in der zweiten Runde gegen seinen Lieblingsgegner, könnte man schon fast sagen. Dimitri Vandenberg spielt unter anderem 2-12-Data in dieser Partie. Dann hatten wir noch Dragotin Horvath und Roby John Rodriguez in Runde 2. Horvath ja als Nachrücker mit dabei gewesen. Horvath schlägt unter anderem Martin Schindler, vergibt dann aber einen Matchstart gegen Jamie Hughes, soweit ich das gesehen habe. Und ja, bei Roby John gab es auch, stand da nach neun Darts auf einem Finish und kriegt dann irgendwie eine 161, glaube ich, zur falschen Zeit um die Ohren. Also auch da wäre ein bisschen mehr möglich gewesen. Ansonsten wieder leider Gottes viele, viele Erstrundenniederlagen bei anderen deutschen, deutschsprachigen Spielern. Bei Menzo Suljovic, der hat einen neun Dater kassiert von Vincent van der Voort unter anderem. Ja, genau. Und auch so Namen wie Daniel Klose, der wieder solide gespielt hat. Da ist natürlich unglücklich, dass er gegen Ryan Sullen einen Gegner reinläuft, der dann auch wieder 104, 105 spielt. Aber er verliert auch gerade so ein bisschen, naja, Anschluss an die WM-Plätze, habe ich so das Gefühl. Also langsam wird es gefährlich, langsam müssen die Ergebnisse auch kommen. Sonst sind eben Tim Bolters solide, Mitte 80er-Bereich, aber damit gewinnst du eben keine Partie gegen Benjamin Vatimena aktuell. Lukas Wenig wieder solide, auch 95 gespielt. Und dann spielst du eben in der ersten Runde gegen Wessel Neymann, der dann selbst 105 spielt. Ja, das Problem ist, dass mittlerweile mehr Spieler da sind, auch aus der zweiten Reihe, die dann dreistellig mal spielen. Und dass diese Art und Weise, dass dieses Niveau, dieses in der Lage zu sein, dieses 15-Dart und weniger permanent und ständig zu spielen oder auch mal diese Ausreißer nach oben zu haben, dass das momentan nur wenige Deutsche, Deutschsprachige hinkriegen. Also das ist dann mal ein Gabriel Clemens, das ist dann ein Florian Hempel, das ist vielleicht noch ein Martin Schindler oder mal ein Mensur Suljovic. Und dann aber eigentlich halt nicht oder kaum bis gar nicht. Und das ist schon auch das Problem, weil du, wenn du durchguckst, wenn man eine Liste machen würde, wer dreistellig in diesen beiden Tagen mal gespielt hat, dann würde man da bestimmt auf eine höhere zweistellige Zahl an Namen kommen. Ich wollte jetzt nicht irgendwie, erst habe ich gedacht 60 vielleicht, müsste man sich mal angucken. Und da waren dann, glaube ich, Clemens und Hempel die beiden einzigen. Ja, genau, das ist das Problem. Stichwort vielleicht noch Dragutin Horvath, um dann auch direkt den Übergang zum zweiten Players' Championship in Folge zu bringen. Der konnte ja auch nur nachrücken, weil es auch wieder einige Absagen gab. Auch aus deutscher Sicht, da waren Paul Krone und Pascal Rupprecht in diesen zwei Tagen nicht mit von der Partie. Also auch da sieht es natürlich mit BM Race oder bei Rupprecht leider eben auch mit Tourkart etwas schwierig aus. Da muss auf jeden Fall noch eine riesen Überraschung kommen. Aber, oder? Ja, ja, klar. Ja, klar. Nee, nee, da. Ich meine, Super League ist natürlich auch da. Kann ein Anker sein. Aber ich sage mal so, wenn du da nicht dann halbwegs dein Niveau spielst, dann holt sich es halt doch Dragutin Horvath, haben wir gelernt. Das haben wir gelernt, genau. Im Zweifel kommt dann Dragutin Horvath wie Kai aus der Kiste. Genau. Und präsentiert sich dann ja auch überraschend gut. Ich meine, jetzt hat er tatsächlich ja auch relativ erfolgreich als Nachrücker fungiert. Übrigens, direkt in den zweiten Tag rein, wir haben eben über Wessel Neumann gesprochen, der höchste Average dieses Tages im 21. Turnier, Raymond van Barneveld, über 112. Volliert aber einfach mal seine erste Partie direkt mit diesem Average gegen Wessel Neumann, der dann wieder 1809er aus dem Hut zaubert. Also, dieser Mann ist eine Faszination. Und weil er genau das, was er auf der Development Tour regelmäßig präsentiert, eben genau jetzt eben auch plötzlich auf der Proto zeigt. Ja, dieser Übergang fällt ihm nicht schwer. Es gibt ja genug andere Beispiele, bei denen das nicht so klappt. Ted Avitz, Bradley Brooks würden mir da jetzt zum Beispiel einfallen. Und auch andere. Ich meine, man kann jetzt den Namen Justin van Terjao nennen, der es nie geschafft hat, diesen Übergang. Und ja, aber ob es jetzt ein Neumann ist oder auch ein Luke Littler natürlich. Ja, da dann hinzugehen und dieses Niveau so weiterzuspielen, das ist schon aller Ehren wert. Und ja, am Ende ist dann der Titel gestern doch an Michael van Gerven gegangen. So ist es. Du hast ja schon, wir haben es ja schon am Anfang besprochen. Es war der Mai 2023, der letzte Ranking-Titel von Michael van Gerven. Diesmal, ja, jetzt hat er endlich diesen Curse aufgeholt und ja, im Finale 8 zu 4 gegen die Nummer 1 der Pro Tour, Dave Chisnel, gewonnen mit einem 106er, 107er Average im Finale. Ich glaube, das hat uns auch noch mal gezeigt. Also, nur weil die Titel in der letzten Zeit eben nicht so regelmäßig da waren, wenn dann nur auf der World Series Tour. Mit dem Mann ist trotzdem weiterhin zu rechnen. Ja, es war halt auch so diese Geschichte. Natürlich hatte Chisie am Anfang das ein oder andere Doppel, was er verpasst hat. Aber es war auch dieses, okay, ich muss. Ich muss, weil sonst macht Michael das zu. Also, der Druck, der einfach da war, das dann machen zu müssen, auch schon in einem der ersten Lags, wo man wusste, okay, der muss jetzt. Ich glaube, es waren 115, 116 zumachen, was er dann in dem einen Moment auch geschafft hat. Aber dann fallen halt mal nicht die 82. Also, einfach dieser Scoring-Druck, den van Gerven dazwischendurch ausgeübt hat, so insgesamt, das war schon beeindruckend. Holt ja dann auch sechs Lags nacheinander und checkt unter anderem 158. Und ja, einfach sehr dominant in diesem Spiel. In den anderen Partien nicht so sehr. Da hatte man den Eindruck, irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt hatten sich gewisse Spieler gegenseitig eliminiert. Kein Littler mehr, kein Humphreys mehr, etc. Und die, die übrig waren, die haben vielleicht auch gespürt, dass es jetzt zwei intensive Tage waren. Also, im Viertelfinale hat er, glaube ich, van Gerven mit knapp 100 den höchsten Average von allen. Da gab es dann schon auch Partien unterhalb der 90er-Marke. Also, da hatten viele ihr Pulver verschossen. Und ja, Chisi ist ja am Ende des Finales auch noch besser geworden. So hat sich dann auch an die 100 gekämpft. Aber hätte halt einfach, ja, es war sehr schwer, mit diesem Van Gerven am Anfang mitzuhalten. Und so verdienst du dir dann auch mal diesen Titel definitiv, ja. Du hast schon gesagt, diverse Namen sind relativ frühzeitig aus dem Turnier ausgeschieden. Und deswegen war das auch echt ein spannender Prototag, finde ich. Viele Namen, die man noch nicht so oft so weit in diesem Jahr gesehen hat. Zum Beispiel einen Benjamin Drureus, der jetzt im Viertelfinale stand und da erst gegen Mike Keuvenhofen verloren hat, der im Halbfinale stand mit Richie Edhouse. Richie Edhouse, ein Name, den ich tatsächlich nicht verstehen kann, warum der plötzlich sowas von abgeht. Auf der Protour und generell auf der Tour. Das ist spielerisch wirklich teilweise Wahnsinn, was der spielt. Spielt dann ja auch, ich glaube, wen hat er an die Wand gespielt? Ich glaube, genau, Menzo Suljovic. Gut, der hat dann in den letzten 32 Jahren wirklich sein Pulver offensichtlich über die zwei Tage schon verschossen. Aber wieder auch zwei Siege für ihn. Also es ist ja für die Rankings nicht unwichtig. Aber was man sieht, so einen ganzen Turniertag auch durchhalten, sein Niveau spielen. Da hört es eben auf aktuell, ne? Ja, ja. Gut, Kevin Hofen, Halbfinale und Edhouse noch nie im Finale gewesen. War jetzt der vierte Anlauf und das vierte Mal, dass er es nicht geschafft hat. Reus im Viertelfinale. Ian White ist mir auch aufgefallen, den ich wirklich schon länger nicht mehr so stark in Erinnerung hatte. Thibaut Tricoll, auch gut unterwegs gewesen. Starke Werte, obere 90 an die 100 ran, ins Achtelfinale eingezogen. Das gelingt ihm jetzt öfter, so insgesamt. Bordfinale für Gabriel Clemens und Mensur Suljowitsch. Mensur spielt mit 71 seinen schlechtesten PDC-Average in dieser dritten Runde aller Zeiten. Aber man merkt halt auch, wenn da jemand sein Auftaktspiel gewinnt und dann noch eins gewinnt, was das aktuell dann auch im WM-Race bedeuten kann. Also da kannst du auch wie am Tag davor leer ausgehen, wenn du dann mal mehr als ein Spiel gewinnst, bringt dich das wieder in eine gute Position in diesem WM-Race letztlich. Das heißt, es passiert jetzt zuverlässiger bei ihm, dass er diese kleinen Erfolge einfährt. Und da einfach die European Tour Qualifier nicht mehr so häufig passieren in der Region, ist das schon ein Vorteil. Bei Gabriel Clemens fand ich es extrem beeindruckend, in seinem Zweitrundenspiel, wo er 3-5 hinten war, mit welcher Selbstverständlichkeit er das gedreht hat. Gerade im Scoring in den letzten beiden Legs nach 9 Darts schon weit unten, 12 und 14 Darts bei 4 zu 5 Rückstand. Das habe ich live verfolgt und das fand ich sehr beeindruckend. Ja, was hatten wir noch? Ein Florian Hempel in Runde 2, bei dem du einfach jetzt auch weißt, da ist das Niveau jetzt da. Da kriegst du immer Mitte 90 oder vielleicht auch mal 100. Und dieser eine Sieg, der kommt meistens, mindestens, spielt lustigerweise einen 13 Punkte höheren Average gegen Michael Smith und unterliegt aber trotzdem. Ja, Timing ist dann eben doch alles. Und ansonsten hatten wir leider, leider, leider wieder ganz, ganz verschiedene Erstrundenniederlagen. Auch wieder von Martin Schindler, bei dem das Momentum, das mal da war, gerade schon auch ein bisschen aufgebraucht ist und du in einer Mentalsportart wie Dart halt auch sagst, ist gut, irgendwann müsste er den Bock auch mal wieder spürbar in die andere Richtung umstoßen, sonst kann das auch zu ein paar Gedankenblasen zu viel führen, möchte ich mal sagen. Ja, noch so nahm er natürlich Ricardo Petrezko, der nach seinem Finale auf der European Tour jetzt mal wieder zwei Tage ohne Preisgeld auskommen muss. Auch örtliche Niederlage zum Beispiel jetzt hier gegen Josh Payne. Ja, auch das ist natürlich ärgerlich, dass da nicht dran angesetzt werden kann, nach diesem tollen Finale, nach diesem tollen Turnier, wo er wieder gezeigt hat, wozu er eigentlich in der Lage ist. Aber naja gut, es sind zwei Tage, das tut jetzt trotzdem für ihn, glaube ich, etwas weniger weh nach dem Finale in der vergangenen Woche. Genau, aber vielleicht so viel erst mal zu der Pro Tour erst mal, oder? Ja, gerne. Doch bevor wir jetzt zur Next-Gen gehen, vielleicht noch ein ganz kurzer Überblick über das Players' Championship Finals Race. Da sieht es ja aus deutscher Sicht auch, naja, durchwachsen aus, um es vorsichtig zu sagen. Bester Deutscher da und auf bestem Weg, ich glaube, sein Debüt bei den Players' Championship Finals zu geben. Florian Hempel auf 42 mittlerweile. Das zeigt auch noch mal, was er da in den letzten Monaten, in seiner berühmt-berüchtigten zweiten starken Hälfte des Jahres, wieder auch positiv angerichtet hat. Auf 50 aktuell Gabriel Clemens und auf 51 Martin Schindler. Riccardo Pitrezko mittlerweile auch schon etwas abgeschlagen. 77 mit 12.500 Pfund nur. Lukas Wenig auf 90, Klose auf 98. Und dann Rupprecht, Krone und Wolters tatsächlich sehr weit abgeschlagen. Und ja, das wird sehr, sehr schwierig, sich dafür noch zu qualifizieren. Genau, aber Kevin, lass uns doch gerne direkt auf das letzte Wochenende der Next-Gen eingehen. Es ging nach Eisenstadt. Der Modus hieß mal wieder Double-In, Double-Out. Und ja, es ging ja tatsächlich um die Teilnahme an der PDC Europe Super League. Und der erste Sieger war direkt ein alter Bekannter. Der war schon erfolgreich in diesem Jahr auf der Next-Gen-Tour. Nämlich Kevin Troppmann, der damit direkt auch sein Debüt bei der Super League geben wird in diesem Jahr. Ja, spielt einen schönen 86er Average im Endspiel, was bei diesem Modus Double-In, Double-Out aller Ehrenwert ist. Zwölfter, damit 160er Finish zur genau richtigen Zeit, so als Highlight letztlich. In einem recht engen Halbfinale kann er dann auch im richtigen Moment zulegen, so insgesamt. Und es ist schön zu sehen, weil man einfach auch auf der European Tour, auch auf der Next-Gen immer wieder gesehen hat, was er spielen kann. Und lange gedacht hat, ah, aber irgendwie kann er es dann doch nicht mal in einen wirklich ganz guten Tag von Anfang bis Ende ummünzen und kriegt den Run, den er verdient. Und dann gewinnt er das Turnier zum Abschluss des letzten Next-Gen-Wochenendes. Und dann jetzt hier macht er in Eisenstadt auch mit diesem Modus, der ja nicht jedem liegt, so weiter. Und da scheint ein bisschen was abgefallen zu sein. Und das ist eine definitiv verdiente Super-League-Teilnahme für ihn. Und ja, ansonsten Leon Weber im Halbfinale gewesen, David Jeske im Halbfinale gewesen. Weber holt gegen Klingelhöfer 0 zu 4 auf, verliert dann aber doch den Desider. Jan Schmidt eher überraschend vielleicht im Viertelfinale gestanden. Das sind so die Schlaglichter. Ansonsten kann man natürlich generell die Teilnehmeranzahl diskutieren. Natürlich gab es einige, die nicht angereist sind oder Probleme entsprechend hatten wegen der Unwettersituation in Österreich. Aber es standen insgesamt halt auch wieder weniger als 70 Leute auf so einer Meldeliste. Und das für ein Final-Wochenende ist schon schade. Da spielt wahrscheinlich Eisenstadt als Austragungsort ordentlich mit rein. Ja, ganz genau. Du sagst es ja schon. Also man kann das auch nicht nur aufs Unwetter schieben. 50 Teilnehmer haben dann tatsächlich gespielt. 69 oder knapp unter 50, glaube ich sogar. Und 69. 47 und 46 waren, glaube ich, die Zahlen. Und am Ende waren es, glaube ich, 69, die sich gemeldet hätten. Also ja, etwas schade. Aber na ja, um da vielleicht einen Namen zu nennen, der dadurch durchaus profitiert hat. Michael Unterbuchner, der das letzte Turnier des Jahres gewinnt, sich dadurch gerade so auf den letzten Meter noch die Super League-Teilnahme schnappt. Aber ich glaube, ich kann dafür uns beide sprechen, dass man, also er ist auf jeden Fall einer der Spieler, der Qualifikanten, der auch von dem, was er jetzt in diesem Jahr bisher gespielt hat, das erste Mal die zweite Runde auf der European Tour erreicht. Ich glaube, auch schon auf der Challenge Tour ein Finale dieses Jahr gespielt. Mit dem kann man auf jeden Fall rechnen. Das ist ein Contender, zumindest für die Super League, der auch die großen Namen ärgern kann. Gut, aber er hat ja zwischendurch gesagt, dass er noch nicht weiß. Und das ist dann wieder typisch Michael Unterbuchner, ob er überhaupt spielen kann, ob er überhaupt den Urlaub kriegt. Also das sind halt dann auch so Geschichten. Ich erwarte mir da halt, also es ist halt dann schade, wenn das am Ende so kommt. Es ist halt dann irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie lange die Spieler schon wissen, wann die Super League gespielt wird. Dass das in der Regel Anfang November ist und man da irgendwie schon mal vorfühlt oder wie auch immer, ja, es sind halt dann so Geschichten, die einem dann auch mal auffallen bei ihm. Und ja, es geht in diesem Jahr wieder ein bisschen nach oben. Ich sehe allerdings so ganz generell schon auch verschiedene andere Spieler, denen ich das durchaus auch zutraue. Also ich bin auf Steven Noster gespannt. Ich bin auf Leon Weber auch gespannt, weil ich glaube, dass der schon auch den ein oder anderen ärgern kann. Und ja, da sind einige positiv aufgefallen, bei denen man dann jetzt natürlich auch gucken muss. Also ich glaube, bei einem Christopher Thonders, der es ja irgendwie immer schafft, aus einem Ende-70er-Average genug oder überraschend viel rauszuholen. Den habe ich jetzt nicht so richtig auf dem Zettel für einen großen Run bei der Super League zum Beispiel. Aber bei vielen anderen bin ich halt gespannt, wie dieser Switch dann funktioniert. Dieses Wissen, es geht um noch mal mehr. Für viele wird es die erste Erfahrung dieser Art sein. Andere haben sie natürlich schon gemacht. Ein Marcel Gerdon, der ja auch schon in der Super League dabei war und bei dem ich dann gespannt bin, wie entsprechend eine Entwicklung dann möglicherweise da ist. Zum letzten Turnier vielleicht noch Unterbuchner. Sein bester Schnitt eine 88 im Halbfinale gewesen. Christopher Thonders, der eben schon angesprochene, und Patrick Tringler waren im Halbfinale. Tringler ja auch als einziger Österreicher qualifiziert jetzt für die Super League. Patrick Klingelhöfer sichert sich durch das Viertelfinale, was er erreicht hat. Den letzten ranglichsten Platz dann auch für die Super League. Also er hat dieses Viertelfinale auch gebraucht, um da dann reinzukommen. Ja, und David Schlichting, das ist einer, für den es halt dann nicht gereicht hat. Der verliert das Viertelfinale gegen Thonders und verpasst so diesen Platz. Und vielleicht wollen wir einmal draufschauen, wer qualifiziert ist, um dann auf die Dinge zu schauen, die vielleicht nicht so schön sind. Also Steven Noster wird dabei sein, Patrick Tringler, Marcel Hausotter, Marcel Gerdon, Leon Weber, Kevin Troppmann, Michael Unterbuchner, Patrick Klingelhöfer und dann über die Jugendrangliste kommt noch dazu Sascha Stuhlemmer, Jannis Barkhausen, Christopher Thonders und Moritz Bormann. Das sind insgesamt zwölf Namen, die sich da jetzt qualifiziert haben. Und wenn man es direkt an David Schlichting anlehnen möchte, der ist halt der Gelackmeierte, weil er wäre dabei gewesen, wenn es eine Nachrückerregel geben würde. Wenn wir jetzt nicht zwei Spieler unter den Top Ten hätten, die bereits für die Super League qualifiziert sind und jetzt tatsächlich zwei anderen quasi ihren Platz weggeschnappt haben, oder mindestens einem anderen, weil es hier keine Nachrückerregelung gibt. Und ich meine, es ist die eine Sache, Geld halt zu gewinnen, das vielleicht Leute aus der zweiten Reihe auch gut gebrauchen können, so nach dem Motto. Aber ich habe von Anfang an in Frage gestellt, wie sinnvoll das ist, dass da jeder mitspielen darf. Und jetzt wird es halt noch abstruser, dass da jetzt tatsächlich an Nico Springer und an Kai Gotthardt nicht rausgerechnet werden, sondern in diesen Top Ten dabei sind und dadurch weniger Plätze zur Verfügung stehen. Also das, ja, wäre mal, hätte mich interessiert, ob das was an ihren Teilnahmen geändert hätte, wenn ihnen das klar gewesen wäre, so nach dem Motto. Ja, tatsächlich eine Regel, die Regelung, die sicherlich im Vorhinein hätte getroffen werden müssen. Gerade für Nicht-Tour-Cuttholder mit Ambitionen, auch so Nico Springer zum Beispiel, dass die sowas spielerisch natürlich mitnehmen wollen, das versteht man ja absolut. Aber dann muss es eben genau solche klaren Regeln geben, dass natürlich dann die hinteren Plätze nachrücken sollten. Ich glaube, bei Schlichting war ja auch noch das Ding, dass wenn Sascha Stuhlehemmer das Wochenende gespielt hätte und einmal in die K.O.-Runde eingezogen wäre, dann hätte er, glaube ich, mit den Ergebnissen, die er dieses Wochenende eingefahren hat, David Schlichting, sogar auch die Super League sicher gehabt. Und das hätte ja Stuhlehemmer bei diesem kleinen Feld sicherlich geschafft. Also auch eine spannende Sache. Sonst vielleicht auch Namen, die nicht dabei sind. Ein langjähriger Michael Hurz zum Beispiel, ein Franz Rötsch, der sich ja nicht in die K.O.-Runde der Super League letztes Jahr spielen konnte und jetzt auch nicht dabei ist, höchstwahrscheinlich. Also da fehlen auch echt einige Namen, ne? Ja, es ist interessant. Da zeigt sich natürlich dann auch, wie kompetitiv diese Serie dann auch war. Und es war spannend zu sehen, welche Namen da dann halt hervorgekommen sind. Wo einem dann natürlich ein Moritz Bohrmann einfällt, der ein Turnier gewonnen hat, ein Stuhlehemmer, der ein Turnier gewonnen hat, der das aber danach nicht so richtig mehr mitnehmen konnte, zugegebenermaßen. Aber ja, auch ein Hausotter, der sich da dann in den Fokus gespielt hat und andere haben sich halt nicht so in den Fokus gespielt. Und da kann man jetzt die Rangliste mal runtergehen. Und du hast jetzt, glaube ich, die wichtigsten Namen schon genannt. Ein Urgestein wie Michael Hurz dann halt, der es nicht geschafft hat. Und ja, gab starke Momente. Und das, also ich glaube, wir hatten bis auf die Turniere in Eisenstadt, gerade jetzt am Schluss, und ganz generell von den Teilnehmerzahlen lief das grundsätzlich gut. Und wir haben viele interessante Geschichten erlebt und Namen, die wir zum ersten Mal gehört haben und auch gute Leistungen definitiv erlebt. Also in dieser Hinsicht hat sich die Next Gen dann schon gelohnt. Ich glaube allerdings, ja, an Eisenstadt musst du arbeiten. Und auch generell hätte sich die PDC Europe wahrscheinlich gewünscht, dass ein paar Mal öfter, was ja gar nicht gewesen ist, die Teilnehmerfelder komplett voll gewesen wären. Man hat ja nie mit 128 spielen können. Wahrscheinlich haben sie sich auch erhofft, dass sie mehr Season Passes verkaufen, als sie es dann eigentlich am Ende geschafft haben. Das sind so die Dinge, die mir jetzt aktuell einfallen. Und die Nachrücker-Geschichte ist halt für mich nach wie vor einfach höchst umstritten, höchst unglücklich. Ich glaube nicht, dass es das woanders gibt, dass andere Leute da jemandem in einer Rangliste den Platz tatsächlich wegnehmen können, wenn sie schon entsprechend qualifiziert sind. Ja, ganz genau. So viel vielleicht dazu. Und jetzt müssen wir natürlich drauf schauen, was daraus wird. Was machen wir jetzt aus diesen Qualifikanten? Was passiert denn jetzt überhaupt bei der PDC Europe Super League, die ja jetzt mittlerweile so heißt? Und ja, heute werden wir wahrscheinlich schlauer sein. Vielleicht seid ihr auch schon schlauer, wenn die Folge jetzt schon da ist. Aber wir wissen ja zumindest jetzt schon über den Modus Bescheid. Dank Hülo. Dank Hülo. Danke Hülo, kann man da, glaube ich, nur sagen. Unfassbar. Unfassbares Kommunikatives. Genau. Das Erste, was wir mitbekommen über den Modus, ist über den Sponsor des Turniers. Das ist unfassbar. Über eine Pressemitteilung. 30 Teilnehmer sollen es sein. Warum? Darüber werden wir hoffentlich noch aufgeklärt. Vom 5. bis zum 8. 11. In Hildesheim. Das war ja schon im Vorhinein klar. Und ja, es soll dann in fünf Gruppen a sechs Spieler passieren, dass diese 30 Spieler spielen. Und dann setzen sich die Top 3 jeder Gruppe durch und der beste vierte. Kannst du mir das erklären? Nein, kann ich nicht. Also, dass das andere beim Fußball zum Beispiel jetzt immer öfter machen, hängt ja damit zusammen, dass sie dadurch mehr Spiele kreieren, mehr TV-Zeit und so weiter. Aber darum geht es hier ja nicht. Ja, ich meine, anscheinend muss Philipp Brzezinski schon vor ein paar Monaten in einem Greek-Darts-News-Portal gesagt haben, das mit 30 Leuten gespielt wird. Hat nur keiner mitbekommen. Es ist halt bereits ... Komisch. Ja. Ich lese regelmäßig Greek-Darts-News. Es ist ja am Anfang des Jahres, Schrägstrich Ende letzten Jahres, auch immer mit 32 kommuniziert worden. Und das macht ja dann auch Sinn. Weil du hast 16 Super League-Teilnehmer früher gehabt. 24 waren es dann. Und warum denn nicht 32? Warum nicht vier Achtergruppen machen und dann eine runde Zahl haben? Der Modus birgt ja einfach auch die Gefahr, du wirst am Ende nicht sechs total ... Nee, fünf sind es ja, Entschuldigung. Fünf total ausgeglichene Gruppen haben. Es wird Gruppen geben. Man kann ja von der Hin- und Rückrunde ausgehen, wo, weiß ich nicht, wenn man es jetzt mal durchrechnet, wo sechs Siege vielleicht für diesen vierten Platz benötigt werden. Und dann wird es halt andere Gruppen geben, wo man sich vielleicht mehr im Kreis schlägt, wo es vielleicht dann auch nur fünf sind oder sowas. Und dann, ja, alleine die Tatsache, dass einfach du gewisse Spieler hast, die dann halt einfach in einer bestimmten Gruppe landen werden. Du wirst wahrscheinlich fünf Tour-Cut-Holder haben, die Gruppenköpfe sind. Ja. Aber dann kommen halt noch in Horvath, in Gotthard, in Grölich etc. dazu, wo man dann halt auch schauen muss, in welcher Gruppe die dann landen. Also wir werden am Ende nicht leistungsgerechte fünf Gruppen hingestellt bekommen. Also es wird schon auch mit Glück zusammenhängen, wer da am Ende bester Vierter wird. Und das hätte es nicht gebraucht. Das ist für mich jetzt irgendwie schwer nachzuvollziehen, warum man eine 30er-Liga letztlich spielt. Und auch die Art und Weise, wie das dann kommuniziert wird. Ganz einfach auch. Dass man das dann über den Hauptsponsor erfährt, der das dann irgendwie ausplaudert, so nach dem Motto, wo ich jetzt auch nicht weiß, ob das so geplant war. Ja, weil die PDC Europe ja mit ihrem Countdown und heute wird uns der Erlöser geboren, Schrägstrich heute wird das Superleague-Feld bekannt gegeben. Aber auch da, warum muss ich das denn jetzt am 19. September bekannt geben, sechs, sieben Wochen vorher? Du musst ja an Nico Springer reinschreiben, weil er ganz offiziell noch nicht für die WM qualifiziert ist. Aber es ziemlich sicher in nächster Zeit dann sein wird. Kriegen wir eine Nachrückerliste? Fragezeichen. Ich rechne nicht unbedingt damit. Dann ist halt die Frage, wie wird das dann geregelt? Also ich bin da irgendwie gerade wieder kommunikativ. Man denkt immer, es kann nicht schlechter gehen, aber wir erleben es. Es ist ihre Welt, wir leben nur darin. Und man muss sich das halt einfach auch vorstellen, es ist ihnen wahrscheinlich einfach egal, was die Dart-Bubble darüber denkt, weil am Ende interessiert das halt nur eine kleine Zahl an Leuten letztlich, ob da jetzt 30 oder 32 Leute in der Super League spielen, ob bei der Next Gen jetzt nachgerückt wird oder nicht. Am Ende präsentiert die PDC Europe einen WM-Teilnehmer und am Ende fragt sich die Bild, die Welt, die was weiß ich nicht, wie das zustande gekommen ist. Und deswegen können sie es sich halt auch erlauben, weil viele halt nur zu diesem Jahreshighlight auf die WM schauen und deswegen können sie eigentlich tun, was sie wollen als PDC Europe. Ja, das ist tatsächlich so. Ich finde man, also nur noch, um noch was hinzuzufügen, ich finde man, man macht das Ganze auch noch komplizierter. Also wenn dann tatsächlich der beste Gruppenvierte tatsächlich sogar noch in die K.O.-Runde kommt. Wir sprechen dann ja auch davon, inwiefern ist es denn dann überhaupt noch legitim, dass genau dann auch die, die in der K.O.-Runde sind, dann die einzigen sind, die dann sicher im nächsten Jahr dabei sind. Inwiefern ist denn ein Vierplatzierter vielleicht einer Gruppe auch tatsächlich legitimiert, dann im nächsten Jahr sicher dabei zu sein? Das sind ja auch so Diskussionen, in die man sich verstrickt. Wenn du weißt, die Top-Zwei einer Gruppe qualifizieren sich sicher, wie auch immer. Das ist ja gang und gäbe. Aber ja, ich finde es auch tatsächlich etwas problematisch, das Ganze. Man verstrickt sich selbst mal wieder in einige Widersprüche, die man so nicht auflösen kann. Aber ja, wie du schon richtig sagst, die man vielleicht auch nicht auflösen muss aus PDC Europe Sicht. Ja, ich meine, der Spielplan kann doch da dann auch eine Rolle spielen. Wann ich gegen wen spiele. Wenn ich dann zufällig auf einen Spieler treffe, der vor diesem Spiel weiß, dass er qualifiziert ist, dass er Gruppenerster sein wird, weil er vielleicht ein Nico Springer ist, der zu diesem Zeitpunkt 9 aus 9 gewonnen hat und der einfach jetzt zwei anstrengende Tage in den Knochen hat, dann wird der natürlich versuchen, so professionell wie möglich das zu machen. Aber das kannst du nicht ganz wegschieben. Und dann wird es Spiele geben, bei denen der eine noch um etwas spielt und der andere nicht. Und dann wird diese Konstellation, wer der beste Gruppenvierte wird, natürlich beeinflusst. Absolut, so ist das. Aber um vielleicht mit einem positiven, aus der Sache rauszugehen, ich glaube, wir können uns dennoch trotz allem, trotz auch zu Recht beschwerden, auf eine geile Super League freuen, auf eine offene Super League. Vielleicht auch so offen wie noch nie, weil du hast ja schon richtig angesprochen, so viele Contender, die mittlerweile auch im Rennen sind, die sich jetzt auch vielleicht durch die Next-Gen hervorgetan haben, ein Leon Weber zum Beispiel, um da nur einen rauszuziehen. Das wird schon verdammt spannend. Ich meine, es wird ein Zerfleischen um einen WM-Platz diesmal, oder? Ja, und auch die Tatsache, dass ein Nico Springer ja ziemlich sicher rausfällt. Und der für mich jetzt dieses Jahr wirklich auch noch mal mehr der Favorit gewesen wäre, führt dann dazu. Und auch die Tour-Card-Holder, die dann dazukommen, ich glaube, man muss das ja noch mal aufdröseln, wir haben 15, die aus dem letzten Jahr dann dabei sind, wenn Springer rausfällt. Und 12 aus der Next-Gen macht 27. Das heißt, es wird am Ende drei Wild-Cards brauchen. Ich glaube, man braucht nicht drum herumreden, dass Tim Wolters eine bekommt als Tour-Card-Holder. Ja, und dann kann man spekulieren, möchte ich jetzt nicht, weil wenn der Podcast online geht, werden es wahrscheinlich schon alle wissen. Vielleicht Stefan Belmont, ansonsten weiß ich nicht. Doch noch mal ein Nachrücker von der Next-Gen-Fragezeichen. Keine Ahnung. Und wenn dann Springer weggerechnet ist, dann werden wir ja am Ende fünf Tour-Card-Holder haben, die alle Potenzial gezeigt haben auf der Tour, aber auch nicht permanent und ständig überzeugt haben. ein Daniel Klose, ein Lukas Wenig, ein Paul Krone, ein Pascal Rupprecht, vielleicht auch ein Tim Wolters, für den das jetzt das erste Turnier ist, wo man mal sagt, okay, das ist jetzt seine Kragenweite. Das ist jetzt nicht dieses, da kommt einer unverhofft zu dieser Tourkarte und wird dann in dieses Profi-Highbecken geschmissen. Also für Tim Wolters ist das jetzt vielleicht einfach mal, okay, hey, umgekehrt, wo man so denkt, vielleicht, wo man gedacht hätte, vielleicht hätte der früher erst Super League, dann Q-School, so nach dem Motto. Aber da ist halt jetzt keiner, bei dem ich sage, ach, der setzt sich so ab. Ein Dragutin Horvath kommt von seiner Verletzung zurück. Fragezeichen, Kai Gott hat dieses Jahr immer wieder starke Momente gehabt und das sind vielleicht so mindestens sieben Namen. Ein Grüllich, der stabiler geworden ist in diesem Jahr. Ich möchte jetzt nicht Max Hopp aufbringen, weil ich finde, es haben 29 andere Spieler mehr verdient. Da könnt ihr mich jetzt gerne häuten, diese Wettkampf, diese Art und Weise, den Wettkampf-Schedule zu verteilen übers Jahr und wenn eine Exhibition da ist und mir der Geldbeutel winkt, dann gehe ich halt dahin. Das haben andere ganz anders gemacht, haben sich da abgestrampelt und gespielt und gemacht und getan und deswegen gönne ich es vielen anderen mehr, so insgesamt. Aber ich bin nicht derjenige, der entscheidet, wer am Ende zur WM fährt. Aber ich gebe dir recht, dass das sehr offen insgesamt für mich auch aussieht und schon mit Sicherheit Spaß machen wird. Man kann davon ausgehen, dass an den ersten beiden Tagen die Gruppenphase gespielt wird, dass dann das Achtelfinale kommt und dass dann Viertelfinale, Halbfinale, Finale an einem Abend runtergespielt werden. Und wenn du da nicht auf Zack bist, dann macht es halt Dragutin Horvath. Da sind wir wieder. Am Ende landen wir immer bei Dragutin Horvath. Ja, exakt. Ewig grüßt. Ewig grüßt. Genau. Ja, nee, es wird auf jeden Fall dann noch ... Ich glaube auch an Tim Wolters wird tatsächlich die Super League, egal ob es am Ende reicht oder nicht, sehr genießen. Ich glaube, daran kann er sich auch ein Stück weit hochziehen und sagen, ich kann es doch. Ich kann es doch. Ich kann doch Darts spielen. Ich kann auch Spiele gewinnen. Ich glaube, daran wird er sich auch sicherlich hochziehen und es wird ihm auch nützen. Genau, aber ich glaube, wir haben uns lang genug jetzt an dem Thema Super League aufgehalten. Wie gesagt, ihr werdet sicherlich jetzt schon schlauer sein als wir. Genau, sonst hätten wir vielleicht noch, wenn wir sowieso schon bei der WM sind, ja auch noch einen WM-Qualifikanten zu nennen. Der nächste International Qualifier hat sich qualifiziert, neben denen, die sowieso schon feststehen, mit Xiaogen Song aus China, Jeffrey de Raaf, Darius Labanauskas und Tomoya Goto, der sich ja über die Japan-Tour qualifiziert hat. Jetzt eben, ja, Joe Komito, der sich den australischen Qualifier, den DPA-Qualifier gesichert hat. Ein Name, der schon immer mal wieder auf der World Series Tour aufgetaucht ist, dort aber, ja, mit sehr geringem Erfolg immer nur ein paar Lacks gewonnen, mehr nicht bisher. Das heißt, auch da, ja, ein Name, wo man, ja, erst mal ein großes Fragezeichen nebensetzen kann, glaube ich, oder? Ja, bin ich gespannt, wie er sich auf der WM-Bühne einfindet, wohlfühlt. Und andererseits hat man jetzt halt auch nicht das Gefühl, dass von den etablierten, wie soll ich sagen, Australiern, Neuseeländern jetzt gerade jemand kommt, der uns den Corey Cadby macht, der den nächsten Schritt irgendwie macht. Jetzt mal abgesehen von demjenigen, Hupey Puhar, der bereits auf der Tour letztlich spielt. Das heißt, ja, jeder hat seine Chance verdient. So ist das, ganz genau. Und dann machen wir den PDC-Blog zu und gehen noch mal ganz kurz zum Ende der Folge auf die WDF-Tour, denn die macht er halt in Italien, genauer gesagt in, Moment, ich muss kurz den Ort noch mal finden, in Riccione, wo zwei Silberturniere der WDF-Tour anstanden, auch wieder mit deutscher Beteiligung. Bei den Männern war es einmal erneut Jimmy Fan-Chi, der sich durchsetzte mit 5 zu 1 gegen Kai Fan-Liung bei dem Italian Grand Masters. Und bei den Damen setzt sich Lerena Riedbergen über Irina Armstrong durch. Die Deutsche 1 zu 5 am Ende verloren im Finale, aber sie machte es am nächsten Tag bei den Italian Open dann besser und gewann das Turnier. Im Finale gegen Aletta war ja die Niederländerin mit 5 zu 4, mit einem Average auch über die 70er-Marke. Und da waren bei den Männern Brian Rahman gegen Xanti Vandenberg erfolgreich mit 5 zu 2. Vielleicht noch ein Wort zu Irina Armstrong. Wie gesagt, das mit der WM-Quali, das sieht mittlerweile für Lakeside sehr gut aus. Ich glaube, sie hat auch wieder mal gezeigt, auch wenn die ganz großen Namen in Italien nicht dabei waren, dass mit ihr durchaus zu rechnen ist. Ja, klar. Also ist ja auch eine Spielerin, die bei Lakeside schon mindestens mal, ich glaube, im Viertelfinale gestanden hat. Ich möchte ihr jetzt nicht irgendwas aberkennen. Da müsste ich noch mal genauer nachgucken. Aber es ist ein Name, der auch schon auf großen Bühnen aufgetaucht ist. Und sie verdient es sich halt gerade auch dadurch, dass sie die ganz verschiedenen internationalen Turniere halt auch fährt und dort entsprechende Ergebnisse erzielt. Ja. Ich kann die sogar korrigieren, im Positiven sogar, weil sie stand 2011 bei der BDO tatsächlich sogar im Halbfinale. Und die letzte WM-Quali ist sogar neun Jahre her. Das heißt, da gibt's eine echte Rückkehr, worauf wir uns, also wir klopfen auf Holz, dass es jetzt dabei bleibt, worauf wir uns hoffentlich freuen können. Es sieht jedenfalls aktuell sehr gut aus. Da steht ja auch jetzt im Oktober, glaube ich, das World Masters an. Zum ersten Mal in Ungarn wird da das World Masters gespielt und der WM-Qualifier und ich glaube, die World Open. Also da ist einiges geboten. Und auch mit deutschen Namen, soweit ich gesehen habe. Also auch da sind einige der besten deutschen Frauen am Start. Ich glaube auch ein Michael Unterbuchner und ein Sascha Stuhlemmer, die sich da wieder unter den Entries befinden, wenn ich das die letzten Tage richtig nachgeschaut habe. Also alles, soweit ich gesehen habe, auch über DartConnect zu sehen. Dementsprechend können wir uns auch da wieder wahrscheinlich auf ein bisschen, naja, transparentere Infos von der WDF freuen. Aber ja, Kevin, ich glaube, wir haben heute einen größeren Rundumschlag gemacht als sonst. Ich glaube, es war aber auch nötig. Und das hat großen Spaß gemacht. Ja, Deckel drauf. Aber das, was drin ist, ist in der Kiste. Das muss man nicht, muss man nicht zum alten Eisen stellen. Das ist, damit kann man was anfangen. Genau, das ist knackfrisch, richtig. Genau, und wir hören uns dann in der nächsten Woche ja schon wieder. Ich meine, der Grand Prix steht ja auch an. Da wird es natürlich auch eine klassische Short-Lag-Folge von uns noch geben. In welcher Zusammensetzung? Darüber werden wir noch intern reden. Aber man darf, glaube ich, darauf hinweisen, dass es auch nächstes Mal Mittwoch oder Donnerstag die Veröffentlichung geben wird nach den nächsten Players' Championships. Und dann, hast du recht, gehen wir mit großen Schritten auf den World Grand Prix zu. Und leider nicht in Dublin, sondern nur, wir haben ja heute schon gelästert quasi. Also dann kann man da nochmal dazufügen, dass in Leicester gespielt wird. Ja, dieser Wortwitz war sehr schlecht. Ja, gelästert, um uns dabei zu bleiben. Haben wir heute genug. Es hat aber großen Spaß gemacht und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Seid gerne wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Short-Lag-Kompakt. Bis dahin. Ciao. Ciao.